Das ABI-Sicherheitssystem präsentiert MC-Connect. MC-Connect ermöglicht die Kommunikation zwischen den Alarmzentralen und dem Endgerät. Die Lösung besteht aus zwei Bereichen. Im Kundenbereich MC Visu und im Errichterbereich MC Service. Ein NetDevice-Server ermöglicht die sichere, verschlüsselte Ansteuerung jeder Alarmzentrale. Mit der Konfigurationssoftware MC-ProWin kann eine eigene IP-Adresse im NetDevice-Server vergeben und die Verbindung getestet werden. Nach erfolgreicher Registrierung können die verbauten Sicherheitssysteme und Komponenten initialisiert, eingerichtet und verwaltet werden. Als Errichter haben Sie über das Online-Service-Portal MC Service Zugriff auf alle Systeme Ihren Kunden. Damit können Sie in Echtzeit auf Störungen, Sabotage, Alarmierungen und mehr reagieren. Zudem hat der Errichter den Überblick über alle User, die im System eingeloggt sind. Dank der MC Visu App haben die Kunden ihr Sicherheitssystem im Blick und bekommen bei Störungen und Alarm eine Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Ihre Smartwatch. MC Connect ist Symbiose zwischen der modernsten Sicherheitstechnik und höchstem Bedienkomfort. ABI Sicherheitssystem – Erfahrung, die Vertrauen schafft.